Die LTE-Berwachungskamera mit Solarzelle und Akku besitzt eine Auflösung von 1280 x 720 Pixeln bei 25 Bildern die Sekunde. Dank der europaweiten UMTS-Unterstützung sind sie völlig unabhängig vom Stromnetz und Festnetz-Internet. Auf die Kamera kann weltweit per PC, Tablet oder Smartphones zugegriffen werden, über eine kostenlose App für Android und iOS. Dank der OnWiF-Standard-Unterstützung kann die Kamera mit jeder bestehende Hardware wie beispielsweise Videorekorder genutzt werden, um dort beispielsweise das Videomaterial bequem aufzeichnen zu können. Die Kamera besitzt einen Akku, der bis zu 48 Stunden lang hält. Geladen wird dieser bequem tagsüber über die im Lieferumfang enthaltene Solarzelle. Die Nachtsicht reicht bis zu 80 Meter weit und das ganz ohne LEDs. Das Licht der Sterne reicht dazu aus. In der Kamera ist bereits eine 16 GB große MicroSD-Speicherkarte integriert. Diese kann auf bis zu 128 GB aufgerüstet werden. Bei aktivierter Bewegungserkennung wird bei Veränderungen im Bild automatisch ein Foto per E-Mail versendet oder eine Aufzeichnung gestartet. Folgen Sie dem Link aus der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de.